Yo b-b-b-b-b-batteries, was geht ab? Hier ist Danergy. I'm Danergy, got a lot of energy. Viele YouTuber-Menschen fangen einfach heute an zu rappen. Also sie versuchen es. Versuchen es wirklich. Und meistens machen sie einfach andere Rapper nach. Und das Geile ist doch, sie feiern sich übertrieben. Und da sie alle so gleich sind, wollte ich euch einfach mal die 5 Arten von Rappern heute zeigen, die einfach jeder kennt und jeder ein bisschen behindert findet. So lay down, bruh, and just enjoy this shit. Fangen wir direkt mit einer Art von Rappern an, die einfach übertrieben jeder kennt. Also ich nenne diese Rapper Chris Browns. Wo es immer heißt, Bitches are fucked bitches. Ja Leute, die Chris Browns halt. Kommen wir direkt zu den nächsten, die eigentlich genau passend zu Chris Browns sind. Und zwar, das sind die Drakes und The Weeknds. Und zwar rappten die auch über... Aber sie erzählen nicht, dass sie es nur machen, sondern wie sie es machen. Müssen alles wirklich detailliert erklären, wie sie ein Mädchen... Sagen wir mal so, bei The Weeknds ist es eher so, dass man wirklich erfährt, was er da im Bett gerade mit dem Mädchen macht. Bei Drake ist es so, da erfährst du eher was in deinem Kopf abgeht, wie traurig du wärst in deinem Bett ganz allein. Weißt du, was ich mein? Äh, we started. Ja, wir haben zusammen Wasser getrunken. Jetzt reg' ich ganz allein. Oh Lord. Wo bist du hin? Ich bin hier ganz allein. Lord. Ich bin ganz allein. Ganz allein. Drake's Musik ist wirklich so, du guckst aus dem Fenster und denkst dir einfach nur so, fuck. Und sogar die Leute vermissen ihre Ex, obwohl sie keine Ex haben. Das ist echt traurig, man. Kommen wir jetzt zu einer Art von Rappern. Und zwar sind das die richtig realen Oldschool-Hip-Hop-Rapper, die ich selber persönlich übertrieben feiere. Die haben früher einfach heftig gerappt. Das war zum Beispiel Haus-Maus-Rap, aber es war trotzdem richtig cool. Weil der Beat war fresh, die Stimme war nice, der Flow war da. Und es hat Sinn gemacht, was die Leute gesagt haben. Okay, jetzt nicht so wie in dem Beispiel, was ich euch jetzt zeige, aber... Ja, ey, yo, wir leben in einer Welt, wo wir um Geld spielen. Und jeder, das Geld steht, motherfucker, don't play, win. Ja genau, ich bin am Start, Mann. Hör mal zu, ich rapp diesen Part, Mann. Bin am Start, Mann. Hab gesagt, Mann, ich bin schon der Beheftig. Gruß mit meinen Jungs durch die Gegend, wir sind so heftig. Denkst dir nichts dabei, denn ich bin heute zu zweit? Nein, ich bin zu dreid. Sagt man zu Veit, ach, scheiß drauf. Okay, Leute, jetzt kommt einer der heftigsten, die eigentlich jeder heute versucht zu machen. Und einfach richtig behindert. Leute, ich nenne sie einfach die Nicht-Versteher, die man nicht checkt, Rapper. Die einfach irgendwas labern in den Tracks. Aber Hauptsache, es ist Trap. Und Hauptsache, du hast auf... Oder schreibt er so... Ah, ja, was kann man dazu schreiben? Ah, Und jetzt kommen wir zu einem Favorit auch von mir. Die Latinos. Wie immer so ein Latino-Rapper-Wert kein Ding war. Nimm dir dein Spanischbuch von der Schule und nimm dir so einen langen Text einfach raus und ganz easy, versuch einfach den Text auf den Beat zu machen. Und schon bist du Latino-Rapper, Alter. Und ich dachte, ich hänge jetzt noch einen an, denn dieser Punkt ist sehr wichtig für die Menschheit da draußen. Und zwar, richtig viele Deutsch-Rapper machen das heutzutage. Richtig viele Deutsch-Rapper und richtige Knechte. Ich wollte Kanake und Knechte zusammen sagen. Knechte. Der einfach so versucht wie, Kollegah oder keine Ahnung, wer zu rappen, Mann. Was ist los bei dir? Ja, so richtig so Typen, die keinen Flow haben, aber einfach nur Texte rausballern auf Double-Time und Hauptsache, es klappt irgendwie auf Beat. Ah. Kollegah, da brauchst du nicht, fick ich dich. Jetzt komm in deinem Biss und ich fick dich einfach weiter, denn ich bin ein Hurensohn, du bist ein Hurensohn, ich bin ein Hurensohn. Viel zu Doppel-Time, alle machen Doppel-Time. Was ist da los? Scheiße, Digga, du bist ein kleiner Hurensohn. Rück dich doch an, wenn du einfach so machst und ich mach und du machst und ich mach... Kollegah, du kannst das echt gut. Das ist jetzt aber auch kein Hate an irgendjemanden oder an Rapper. Ich rapp ja manchmal aus Spaß, auch selber auch, manchmal so aus Spaß. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da und kommentiert mal, welcher Part, welcher Rapper euch am meisten gefallen hat in diesem Video. Ich würde mal sagen, Digga... Und dann... Der macht's mir los, oder? Der macht's mir los... Der macht's mir los, oder? Ack mal... Ack mal... Ack!